Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Nachrüstung einer Rückfahrkamera. Viele Fahrzeuge haben leider ab Werk die Kamera nicht bestellt. Hätten sie das gemacht, wäre das eine relativ günstige Geschichte gewesen. Aber man kann auch eine Kamera nachrüsten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das nachrüsten kann. Es gibt eine Zubehörlösung von verschiedenen Herstellern, die man nachträglich einbauen kann. Diese Systeme sind an sich nicht schlecht. Man muss immer natürlich gucken, es sind Aftermarket-Systeme und die können natürlich auch technisch nicht so gut sein wie ein originales System, was millionenfach in verschiedenen Fahrzeugmodellen eingebaut wurde. Daher, wenn man die Möglichkeit hat und die finanziellen Mittel, würde ich immer empfehlen, eine originale Nachrüstung zu machen. Die originale Nachrüstung hat auch den Vorteil, das Fahrzeug bleibt updatefähig. Wenn ihr zu BMW müsst, weil euch irgendwas kaputt gegangen ist oder BMW ein Update machen muss oder irgendwas austauschen muss, dann muss BMW ein Update des gesamten Fahrzeugs machen. Wenn ihr dann eine originale Kamera habt, dann ist die Kamera nach dem Update immer noch funktionsfähig. Habt ihr ein Zubehörssystem, dann geht die Kamera nicht mehr. Dann müsst ihr zu dem Einbau zurück und dann müsst ihr das entsprechend wieder kodieren. Deswegen muss man da immer ein bisschen beachten. Aber auch bei der originalen Kamera gibt es verschiedene Unterschiede. Es ist die Frage, wie verbaut man die Kamera? Verbaut man die Kamera so, wie sie ab Werk gedacht wurde zu verbauen? Das ist natürlich ein bisschen komplex, weil die ganze Kabellage muss genauso verlegt werden wie ab Werk. Oder schließt man die einfach an. Einfach heißt zum Beispiel an Zündung oder Dauerplus. Dann hat man natürlich das schnell gemacht. Aber man hat das Problem, dass irgendwann man Probleme bekommt mit der Fahrzeugelektronik. Denn die ist sehr komplex. Natürlich haben wir überall die ganzen Campusleitungen. Natürlich haben wir überall Strom und Zündung. Aber wenn man das so verbauen möchte, wie es ab Werk gedacht ist, dann ist das natürlich ein bisschen komplexer. Daher muss man natürlich immer halt schauen, was möchte man und wie viel möchte man investieren. In dem Fall ist die Kamera so verbaut wie ab Werk. Das heißt an die Stelle, wo sie sozusagen auch gehört. Und die funktioniert entsprechend halt, wie sie ab Werk auch wäre. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Fahrzeug starten oder die Zündung halt anmachen, dann sieht das halt so aus, dass wir das so sehen, wie das ab Werk auch wäre. Das heißt, wir haben auch dynamische Linien. Das heißt, mit den dynamischen Linien sieht man auch, was mit der Kamera genau ist. So kann man das zum Beispiel sehen. Ihr seht, wir haben hier dynamische Linien, die bewegen sich. Die kann man aktivieren, auch deaktivieren. Wir haben hier PTC. Je nachdem, welches Baujahr ihr habt, ist das Navi unterschiedlich. Bei manchen ist PTC auf der Seite, die Kamera hier. Und so ist das integriert, wie es ab Werk gewesen ist. Das Fahrzeug ist entsprechend halt komplett updatefähig und es funktioniert. Wenn ihr Interesse habt, sowas selber nachzurüsten, verkaufen wir auch nach Reset zum Selbereinbau. Und wir haben die Möglichkeit, über unsere Fernwartung, das ist ein Kabel, was wir euch zuschicken, das System auch zu kodieren, freizuschalten. Über diese Fernwartung können wir auch Diagnosen durchführen an dem Fahrzeug, Kodierungen durchführen, Updates durchführen und bestimmte Sachen euch nachrüsten beziehungsweise freischalten, die ihr halten möchtet. Wenn ihr sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch und dann werden wir euch da ein Angebot zukommen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.